Den Namen Hindenburgplatz oder auch Paul von Hindenburgplatz tragen bzw. trugen zahlreiche Plätze in deutschen oder ehemals deutschen Orten sowie davon abgeleitet auch Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel. Namensgeber war in der Regel Paul von Hindenburg, aufgrund dessen später als kritisch angesehener Rolle in der deutschen Geschichte wurden etliche dieser Plätze im Laufe der Zeit umbenannt. Zuletzt 2012 der Hindenburgplatz in Münster. Inzwischen umbenannt wurden Plätze in Berlin von 1934 bis 1958, heute Platz des 18. März. Frankfurt von 1918 bis 1945, heute am Hauptbahnhof Görlitz, siehe Postplatz. München 1946 im Platz der Freiheit umbenannt. Münster von 1927 bis 2012, heute Schlossplatz. Nürnberg von 1917 bis 1922 und 1933 bis 1946, heute Rathenauplatz. Stuttgart, siehe Arnulf-Klepp-Platz. Der Hindenburgplatz in Hildesheim trägt seinen Namen dagegen noch.